Hallo Freunde, willkommen zurück zu Tabanta, wollte ich gerade sagen, zu Zettlers in Windisch Cap in Tabanta, so gesagt. Ja, ganz schön alle wegklatschen hier. So, wir sind immer noch an Herzteile sammeln, die restlichen, wir haben jetzt schon drei Stück. Ja, kann ich euch nochmal zeigen, da, yeah, 666 Muscheln, ja, Stabzahl und drei Herzteile. So, jetzt müssen wir aber erstmal mit den Typen hier Fragmente vereinen, yeah. Oh, oh, nein, falsche Taste schon wieder. Ah, du willst Fragmente vereinen, ja klar, komm. Ja, 12. Mach mal, mach mal, mach mal. Ja, die beiden Fragmente passen zusammen. Und jetzt haben wir die letzte Wurzel, die mir schon gefehlt hat, da oben rechts. Genau die. Aber was da drin ist, alle Freunde, das ist richtig geil, sehr nützliches Item. Yay. Und das letzte sogar, hätte ich nicht gewusst, äh, ich hab ich sogar nicht, hab ich, hab ich sogar noch nicht mal mehr gewusst, dass da oben sowas noch ist. Damit hab ich nicht gerechnet. Aber sonst haben wir jetzt alles, jetzt ganz, das ganze Inventar, sonst haben wir alles eigentlich. Außer das, was wir jetzt holen. Aber, oh Gott, nicht runde springen. Dom, bom, bom, bom. So, wieder groß machen. Und jetzt, ganz, schnell. Ein Herzteil, holen, Mann. Weil, ich vergessen hab. Weil ich so ein Trottel bin. In dem. Level mal ganz kurz, nochmal gleich rein da. Dann zeig ich euch gleich. Äh, yeah. Ganz schnell hoch. Da, da, da. Ba, da, ba, da, da, ba, da. Die geile Mocke. Oh, eine große Truhe. Hä? Wir haben doch alles, oder? Hä? Lol, okay. Mal gucken, was drin ist. Boah! Ein großer Pfeilkirch erhalten. Yeah, jetzt kannst du mehr Pfeile tragen. Aber das ist jetzt wirklich alles, Freunde. Jetzt können wir 99 Pfeile tragen. 99 Pfeile. Können wir jetzt mit uns tragen? Geil, ne? Wir können jetzt noch 90 Pfeile tragen. Geile, geil, 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 geil. So, ganz schnell runter. Dom, bom. So, und stemmen. Und, und stemmen. So. Jetzt hier rein. Jetzt muss ich aber noch mal ganz schnell zu den Tempeln. Bam, 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 bam. Da oben ist er schon. Da oben ist er schon. Aber ich komme noch nicht hin. Oh nein. Gib mir den auf den Sack. Du willst mir nur mein Leben abziehen. Das weiß ich. Geh weg. Du Muschi. So, warte, warte, warte. Genau, die muss ich ja abschalten. Deaktivieren. Deaktivieren. Oh, da unten ist ein goldener Gegner. Oh, den werde ich holen. Denn die brauchen unbedingt das Geld. Das Geld brauche ich. So, toll. Pfeile verbraucht. Ich nehme mal lieber das hier rein. Ne, das. Ne, doch. Geil. Ne, warte, 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 warte. Bam, 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 bam. Jetzt wieder groß machen. Und dann einen goldenen Kriegerwärts siegen. Oder so. Oh, hat nichts gebracht. So, du musst sterben. Sterben, sterben, sterben. Komm her, komm. Genau, komm immer schön zu mir. Genau, komm immer schön zu mir. Immer schön um meine Klinge laufen. Danke. So, oh. Was ist das denn für einer gewesen? Ich würde gerne das hier haben. Hey. Äh, nur ein Glücksformen. Toll. Mehr nicht. Oh, so ein geiles Helse manchmal, ne? Bam, badabam. Oh, eine Muschel. Kann ich brauchen. Kann ich noch alles gebrauchen. Ich muss mir auch ganz viele Muscheln sammeln. Oh Gott. Mehr ganz viele Muscheln und ganz viele Trophäen noch. Damit ich überhaupt die Herzteile alle bekomme. So, dann bekomme ich jetzt erstmal ein Herzteil. Und zwar, nein, jetzt bin ich schon falsch gelaufen. Das tut mir leid. Das muss wieder zurückgehen. So. Hopp, hopp. So. Jetzt müssen wir nach rechts, glaube ich, war das? Ja, das war nach rechts, genau. Badam, badam, bom, bom. Ganz schnell hier lang und ran hier rein. So, dann haben wir... Oh, da ist noch eine Truhe. Die werde ich uns holen. Wir können ja jetzt Muscheln und Fragmente und haste nicht gesehen gebrauchen. So, wir können jetzt... Oh, wir können dann richtig schnell graben jetzt. Warte, habt ihr es gesehen? Yeah, yeah, yeah. Oh, wow, wow. Geil, Mann. Wow. Wie schnell wir graben können. So. Ich grabe mich durch. Yeah. So. Jetzt muss ich aber erstmal mich klein machen und dann seht ihr's. Wo ich lang muss, dann seht ihr's. Aber ich muss jetzt erstmal nach links. Ich muss mich dann einfach hier fallen lassen. Fallen lassen. Abstürzen. Und hier reingehen. Und das hab ich verpasst, Freunde. In den Tempel, alle. Wie doll. Und ich hab's noch angeguckt. Weiß, ich hab's noch angeguckt. Und dann hab ich nicht mal dran gedacht, alle. Was ist das denn? Jetzt hab ich aber erstmal 19 Herzen. Yeah, Herzteile halten. Vier Herzteile geben einen neuen Herzcontainer. Dein Herzteile hört sich über. Und du hast volle Energie. Geil. So, jetzt müssen wir noch vier Herzteile sammeln. Wo sind die? Okay, eins weiß ich. Eins weiß ich. Badum, baum, baum. Jetzt muss ich gucken. Ach nee, warte, warte, warte. Ich mach's falsch. Ich muss ja so raus jetzt. Anders komm ich ja nicht mehr raus hier. Genau. So, ich glaub das war einen verschieben. Oh, erstmal weggehen. Geh weg, genau. War das der oder so lang? Oder so? Oder so? Wie war das denn? Ah, der hier. Und jetzt ganz schnell durchgraben. Warte. Durchgraben, yeah. Woohoo. Yeah, bin ich schnell. Woohoo. Wow, geil, geschafft. So, jetzt können wir jetzt erstmal... Und dann bam, bam, bam. Ganz schnell die Ocarina ausrüsten. Und dann möchte ich jetzt erstmal gerne... Zum Mindeschwald. Yeah. Und rein hier ganz schnell. Ganz schnell rein hier. Mal gucken, was das bringt. Das weiß ich überhaupt nicht. Ich hab das nur gesehen. Ich hab mir da nur einen Abschnitt angeguckt. Und was das bringt, weiß ich ja nicht, Freunde. Das werd ich ja dann sehen, was da dann passiert. Da bin ich mal richtig drauf gespannt, doch. Da bin ich mal richtig drauf gespannt, was da passiert. So, dann geht's ganz schnell. Das, die... Äh, Dinge abgeben, genau, die Milch. Oh, yeah, Bomben, yeah. Ich bin aber heute voll, ne? Also voll mit dem Bombeninventar und so. Ganz schnell hier rechts rein. Und dann die Leiter hinunter. So. Und dann mal ne, ne. Ja, zur Seite schieben. Hallo, na du? Oh, guten Tag. Oh, wir erforschen hier eine neue Sorte Tillurianer. Einige der Pflanzen sind, äh, sind nur Keime. Das wollen wir irgendwie verbessern. Na, wie denn? Hm, um Tillurianer zu produzieren, brauchen wir Milch. Wer bringt uns die? Hey, was hast du da? Ist das nicht Long Long Milch? Ist das, ist die für uns? Hier, genau. Kannst du haben. Yeah, schenke ich dir. Hab ich zwar ein Hunder bezahlt für einen Schluck Milch, aber ja, bitteschön. Wunderbar, danke. Jetzt können wir wieder forschen. Wenn das Tillurianer, wenn der Tillurianer blüht. Okay. Okay, dann müssen wir jetzt ihn erstmal blühen lassen, aber das dauert noch eine Weile. So, jetzt muss ich aber erstmal... Äh, was kann ich jetzt machen? Was kann ich jetzt machen? Ah, ich bin ja klein. Oh, ne, jetzt muss ich mich erstmal groß machen. Bevor ich hier wegfliegen kann, oder? Ja, ich glaube. Oh nein, das ist nicht. Gut, erstmal den Ausgang finden. Kann ich nur irgendwie Fragmitte vereinen? Nö, kann ich nicht. Mit wem muss ich überhaupt sprechen, damit ich sehen kann, wie viele Fragmitte ich nach einem Verein vereinen kann. Ich glaube mit Tingle oder so war das, oder? Ich guck gleich mal mit Tingle. Ich rede mal gleich mal mit Tingle. Ach, guck mal, was er immer zu sagen hat. Oh, der Terry? Ne, das war... Ne, Terry wäre ja die Tyrups-Dings da und so verkaufen. So, wir brauchen allgemein auch ganz viel Geld. Ah, ich weiß ja noch, wo eine Gegner... Äh, Geld war. Ein Gegner mit ganz viel Geld, genau so gesagt. So meine ich das jetzt. So, zack. So, ich muss jetzt nochmal... Äh, flöten. Genau, war jetzt schon ausgerüstet. Ah, zack. Und einmal nach Stadt Highwood bitte. Äh, einmal nach Stadt Highwood bitte. Yeah. So. Den möchte ich jetzt gerne noch einmal. Was gucken. Ähm... Was wollte ich jetzt gucken? Jetzt hab ich es vergessen. Oh nein, was immer nicht denn für ein Trottel. Oh nein. Ähm, irgendwas wollte ich jetzt machen. Nein, jetzt hab ich es vergessen. Das ist gar nicht gut. Ähm... Ja. Ich glaube hier rechts auch noch ein Herz. Genau, wenn ich hier irgendwie... Also hier rechts, ja, ist klar. Ich mein hier irgendwie ganz oben oder so. War das nicht so? Äh, dann muss ich ja da hoch. Ähm, warte mal. Warte mal, hab ich das nicht schon? Weiß ich nicht. Muss ich gucken. Muss ich gucken. Dann werde ich es sehen. Dann werde ich es sehen. So. Erstmal reingehen. Und... Äh, äh. Ein... Ein Herzteil! Ich hab es noch nicht. Geil, ein Herzteil. Yeah. Freund, ich hab es noch nicht. Ein Herzteil erhalten. Vier Herzteile geben zusammen. Ein Herzcontainer. Yeah. Mit jedem Herzcontainer erhält sich ein Herzteil. Puh, Freunde. Jetzt fehlen uns nur noch drei. Ähm, hier war ich... Oh, da ist er. Da ist er. So, zu dem wollte ich. Komm her. Komm her. Komm. Komm her. Komm her. Ja. Komm her. Yeah. Gut. Er ist weg. Yeah. Es waren hunderte bekommen. So. Hab ich das schon? War ich hier schon? Weiß ich nicht. Äh, nein. Keine Feine. Und dann. Und schnell klein machen und gucken. Was hier noch so alles gibt. Eigentlich wollte ich so ein Tingle gehen. So. Jetzt mal rein hier. Oh. Oh, Fragmetteverein. Sicher. Na klar. Oh, da willst du Fragmetteverein gehen. Sicher. Ich hab genug. Ich hab von jedem was dabei. Bitte. Die Fragmette passen zusammen. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach, ja. Da kann ich wieder Geld ausgraben. Ich weiß, wo das ist. Ähm. Was kann ich denn jetzt machen? Ja, was wollte ich eigentlich machen gerade? Verdammt. Irgendwas wollte ich tun. Und dann hab ich es vergessen. Ah, sie passen wir weg zusammen. Jetzt passiert etwas Glückliches. Und Glück und bla bla. So. Ich muss jetzt erstmal. Ich will. Was heißt, ich muss. Ich will jetzt erstmal hier lang gehen. Denn hier ist noch ein kleiner Durchgang für den Männisch. Mal reingehen. Oh, eine Kiste. Oh, 50 mysteriöse Muscheln. Geil. Hm. Denn es scheint das auf der anderen Seite auch zu sein, oder? Werde ich ja sehen. Wird schon durchlaufen. Oh ne, da lässt du uns nicht durch. So, da sieht er uns ja nicht. Einmal durchlaufen. So. Komischerweise ist es auf der rechten Seite einfacher gemacht. Das ist klar. Das ist so doll gemacht. Und nochmal rein hier. Und was haben wir hier? Was haben wir hier? Na, 50 Muscheln. Muscheln sind immer gut. Dann kann ich wenigstens gleich nochmal ausgewählen. Schön nochmal Muscheln ausgeben. Yeah. Geil. Nochmal schön Muscheln ausgeben. Hm. Ich zeige euch das gleich nochmal, wie das war mit den Muscheln. Ey, ey, er schiebt mich zurück. Er sieht mich einfach nicht. Er schiebt mich einfach zurück. Er hat mich nicht gesehen. Wie toll ist er. So. Stimmt. Er wachsen, dann können ja keine Menschen sehen und so. Stimmt. Da war ja was, ne? Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. So. Habe ich das auch. Habe ich erstmal so fetten Herzen gefunden. Jetzt werde ich es sehen. Ich glaube, hier war auch noch eins. Ich glaube, das habe ich auch schon, oder? Habe ich das schon? Ja, das habe ich ja schon. Hier, genau. Ja, ja. Badam. Wo war das? Wo wollte ich hin? Wo wollte ich hin? Genau, ich wollte jetzt erstmal, äh, genau. Erstmal in der Stadt nochmal alles abfragen, da. Genau, nochmal alles abgucken, genau. Das wollte ich machen. Jetzt weiß ich es wieder. Erstmal alles. Ah, hier oben war auch noch was. Ah, ne, da oben war ich ja schon. Da oben war ich schon. Das weiß ich, das weiß ich, das weiß ich. Das weiß ich noch. Das weiß ich schon. Jetzt muss ich aber erstmal ganz schnell gucken. Hier seht ihr, Freunde. Hier sind ja noch, äh, drei leere Flaschen und irgendwas, ja, auf jeden Fall blaues Elixier, weiß ich. Aber weiter weiß ich nicht. Und dann, ja, mal gucken, was er uns dann noch gibt, ne. So, das Haus ist ja bewohnt. Mal gucken, wie das jetzt mit dem anderen Haus aussieht. Mal gucken, wie es aussieht, Freunde. Jetzt gucken wir, ob das Haus fertig gebaut hat. Und es ist noch nicht fertig. Das nächste Haus baue ich hier. Dann fang an. Ja, los. Ja, los. Was machst du denn, du sagst? Äh, ne leere Trist, ne leere Truhe ist nix. Hier ist auch nix. Genau, so, so, zack, zack, zack. So, genau. Ah ja, ich kann ja jetzt noch zu, genau, zum, 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 zum Geisterding kann ich ja nochmal, ne. Da, den Schwerderling holen. So. Ähm, ähm, ähm. Ja, das war's hier. Hier hab ich auch nix mehr. Hier ist gar nix mehr. So. Genau, ich muss ja noch die ganzen Bücher lesen, ne. Muss ich die ganzen Bücher lesen? Weiß ich nicht. Ich hab die ganzen Bücher freigeschaltet, ja. Ich hab sie gekauft und so. Reicht eigentlich, oder? Geht für einen Euro. Glaub. Hoffentlich, oder? Denk mal. Ähm. Jetzt wollte ich eigentlich zum Geist, genau. Ne, ich wollte zum Tingel. Ja, da oben ist auch ein Tingel. Ich geh zum Tingel. Geh weg. So, ganz schnell gucken, hier. Wow, geh weg. Ich will zum Tingel. Yay, zur Volllaufzeit, äh, äh, zur Vollnormalenwege zu gehen, muss ich abkürzen. Yay. Jetzt kann ich ja hier alles schnell machen, hier kramen und so. Wow, 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 wow. So, und schnell hier hoch. Und mal den Tingel befragen, was hier abgeht. Wo der Lagerhase lang läuft. Ja, es sieht nun früher dann sehr ähnlich, aber ich weiß nicht. Äh, warum? Ähnlich sieht er. Äh, lol, und jetzt erzählt er mir nicht, was, wie, was wohnt. Herr Fee, du musst noch, oh, neun Glücksfragmente finden. Du bist fast fertig, finde dein Glück. Neun Stück, Freunde. Ich muss noch neun Stück finden, geil. Aber wo sind die? Wo sind die Fragmente? Dann muss ich jetzt suchen, wo die zu finden sind. Jetzt muss ich aber wirklich jeden abquatschen. Also wirklich jeden nochmal. Oh mein Gott. Das wird ja ein richtiger Spaß. Werde ich jetzt sehen. Äh, wenn ich Fragmente vereint habe, muss ich mir merken, okay, mit denen habe ich jetzt. Dann nur noch acht und dann sieben und dann sechs und dann hast du mich gesehen und so weiter. Äh, jetzt komm ich hier nicht hoch. Ach ja, jetzt kann ich jetzt schneller krabeln, ne? Fert ist auch auf dem Boden so, ne, ne? Ne, das geht's natürlich nicht. Geh weg. Äh, weg. So, geh weg. So, nein, Rubine. Ne, den lassen wir mal, ne? So, wir müssen sterben. Äh, hier haben wir nichts. Hier haben wir auch nichts. Oh, ne Muschel. Haben wir auch nichts. Auch nichts. Oh, nicht so, jetzt gehen wir aber erstmal. Äh, zack. Rein nochmal an den Gespensterwald. Wir werden nochmal gucken, was wir da finden. Und nochmal. Ja. So. Okay, hier ist nichts. Warte, warte, warte. Ich bin die Brücke ausgefahren. Ist irgendwas hier? Ne, auch nicht. Auch nichts. Bin ich falsch. Stimmt, ich bin hier falsch. Nö, 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 nö. Ihr habt mich verdahnt. Und. Hui. Hey, Freunde. Herzlich willkommen. Ja, nochmal hallo. In den gleichen Part. Und zwar muss ich euch leider sagen. In der Aufnahme ist mir ein kleiner Fehler. Während der Aufnahme irgendwie was passiert. Ich weiß nicht wieso. Ich habe ganz normal gespielt. Und jetzt ist leider, leider, leider meine Videodatei irgendwie kaputt gegangen. Jetzt fehlen, jetzt fehlen, sag ich mal so sechs bis sieben Minuten von dem Part. Es tut mir sowas von leid. Ich werde euch natürlich noch im Nachhinein sagen, in der nächsten Folge, was mir fehlt, was ich natürlich noch gemacht habe. Ich werde euch es nochmal zeigen. Und ich versuche das Beste draus zu machen. Und ja, es tut mir leid. Ich musste die Datei jetzt extra kürzer machen, weil der Rest der Datei war irgendwie beschädigt. Und es tut mir sowas von leid. Aber ich versuche das Beste noch aus dieser Folge. Beziehungsweise ich habe versucht, dieses Beste draus zu machen aus dieser Folge. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn euch was gefehlt hat. Und trotzdem noch viel Spaß. Und danke fürs Zuschauen noch. Danke, Freunde. Tschüss. 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 Vielen Dank.